Mama, Kuckuck. Kuckuck. Wo ist Imani? Kuckuck. Amerika, Amerika, es schneit. Imani, das ist Schnee. Imani, wollen wir einen Schneemann bauen? Oh, danke schön. Der Bratan hat schon mal eine Nase. Imani, wir brauchen Augen, okay? Ja. Imani, das ist ein Schneemann. Hat geklappt, hat geklappt. Er schielt aber. Egal. Das ist kein Schneemann. Was ist los, Baba? Eins, zwei, drei. Das ist unser Schneemann. Was ist los? Noch ein Schneemann? Imani, meine Hände, ich kann nicht mehr. Guck mal, wie rot meine Hände sind, Imani. Das ist der erste Schneemann, den sie in ihrem Leben gebaut hat. Imani, wie nennen wir den Schneemann? Amerika, Amerika, wir sind shoppen. Imani, was willst du? Bubu. Wir gehen jetzt ein Bubu kaufen. Wenn ihr euch fragt, was Bubus sind, Bubus sind kleine Spielzeuge. Ihr kennt die bestimmt, die nennen sich LOLs. Imani mag die, deswegen müssen wir die jetzt kaufen. Bubu kommt mit Spagat auf die Welt. Leute, wir kommen gerade nach Hause. Guck mal, wer da steht. Imani, mach Platz, mach Platz. Imani, guck mal, wer da ist. So, Leute, wir machen das Schneemann-Lied an. Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür. Der stand gestern noch nicht hier. Imani, aber sei mal ehrlich, ist dir nicht kalt? Nein. Kucka! Kucka. Das geht jetzt eine Stunde so. Ein kleiner weißer Schneemann, ein kleiner weißer Schneemann, der stand gestern noch nicht hier. Hey, boah. Amerika, Amerika, it's date time. Darf ich vorstellen, die wunderschönste Frau auf dieser Erde. Wir haben ein kleines Date, Leute. Die Sonne scheint in Berlin, was kann man machen? Kaffee trinken? Döner essen? Nein, es gibt was viel Schöneres. Es gibt nur eine Sache, womit du das Herz deiner Perle gewinnen kannst. I love you. Sag was Romantisches. Dieses Haus hinter mir wurde gebaut, lieber Nada. Du hast mein Herz geklaut. Warte, ich hab auch was, ich hab auch was. Letztens hast du mir kein Abendessen gemacht. Mein Herz kaputt seitdem, ich komm nicht mehr klar auf mein Leben. Nada, ich schätze diese Romantik, aber es ist zu kalt, wir müssen im Auto weiter essen. Finde ich auch, ich weiß auf Romantik. Wer hat das überhaupt erfunden? Diese Romantik braucht keiner. Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Ja, ich liebe dich, reicht. Warum braucht man Romantik? Ey, Coco, wo warst du eigentlich so lange? Imani, wo war Coco so lange? Wo war Coco? Er war bei bei? Wie hast du deinen Cousin zurück? Magst du Coco? Jedes Mal das Gleiche. Imani, das Auto steht da hinten. Wohin? Wohin? Was das? Sie trägt ihn auf ihren Nacken und läuft. Okay, Leute, wir sind bei Douglas. Wie kann ich dir helfen? Pass auf Imani auf. Okay, wo ist Imani? Wo ist Imani? Wo ist Imani? Imani, fass nichts an, okay? Hör dich. Nichts anfassen, hab ich gesagt. Ja. No, no, Imani, nein, nein, nein. Luisa, sei ehrlich, wie lange brauchst du noch? Ich kann nicht mehr. Ich brauche noch ein bisschen mehr, denn mach mir keinen Druck. Kurz hinsetzen, okay? Imani, wohin? Wohin? Amerika, Amerika. Wir sind wieder zu Hause. Imani will direkt zum Schneemann. Imani, ist voll kalt. Mama, nein? Das Ding ist, was bringt ihr das, wenn sie den die ganze Zeit beobachtet? Mama, nein, nein. Mama, nein, nein. Du bist echt ganz schnell. Aufpacken? Ab morgen sollen die Temperaturen besser werden. Was machen wir, wenn der... Leute, wir gehen zum Arzt. Ich hab immer noch Aua an. Das ist Aua. Mama, Aua, no. Aua, no. Ich hoffe einmal, dass es ihm schöne Nachrichten gibt. Ich hoffe, er sagt mir, ich darf diesen Schuh ausziehen. Okay, Leute, wir sind jetzt im Arztzimmer. Risa, was denkst du, was wird er sagen? Ich denke, er wird sagen, dass es viel besser geworden ist. Wir brauchen keinen Arzt. Ich guck, was ich hab. Mhm, mhm, mhm. Risa, ich hab nix. Alles gut. Lass nach Hause. Ey, boah. Leute, gebt euch Imanis Auto. AMG. Wir haben diese Sticker bei meinem Auto abgemacht und an ihr Auto rangemacht. Warum? Weil ihr Auto ist schöner. Ihr Auto ist krasser. Bist du bereit? Dann verabschiede dich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Imani. Seine letzten Stunden sind angebrochen. Luisa, wir müssen Cookie am Leben behalten. Ich hab ne Idee. Schneemann. Nader, was machst du? Wir lassen ihn am Leben. Wir lassen ihn am Leben. Willst du auch gleich? Hm. Müller, wie geht's? Schlecht. Warum? Ich hab Halsschmerzen. Was hast du genau? Halsverstopfung. Gibt's sowas? Halsverstopfung? Halsverstopfen. Geh auf Bilder. Es gibt keine Halsverstopfung. Geh auf Bilder. Hast du das? Hier ist jetzt mein Mund, hier ist der Hals und in dem Hals ist etwas drinne. Dieser Strich. Mila, was ist los mit dir? Bist du Arzt geworden? Ich weiß, was du brauchst. Jendawi-Wall. Nein, wir essen oft Jendawi-Wall, ich weiß. Aber du brauchst jetzt einen Tee. Es gibt einen Tee, der heißt Halsverstopfungstee. Das Wetter in Berlin ist nicht schön. Das Geile in Berlin, man kann hier immer was unternehmen. Wo gehen wir heute hin? Keine Ahnung. Es geht hier um Insta-Flancing, Kameras, Filme und so weiter. Das ist zum Beispiel eine Kamera, damit haben wir YouTube angefangen damals. Hallo Amerika. So war damals. Aber das ist lange her, drei Jahre. Mein Gott, Mila. Leute, vielleicht könnt ihr das auch einwartet. Ich habe den Laptop gefunden, mit dem wir damals unser erstes Video geschnitten haben. Das ist Mac Nummer 51, 1984. Hier ist dieses Ayua entstanden. Wir haben jemanden vergessen, Luisa. Imani, wir können jetzt nicht einfach mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich habe eine Idee. Was? Wir kaufen hier einen Schneemann. Oder sollen wir ihr so bei Mario holen? Ist wie Schneemann. Nein. Oh, no! Wir laufen gerade traurig nach Hause. Wir haben keinen Schneemann gefunden. Nazir, lass uns doch Coco fragen. Gute Idee, ich ruf ihn an. Sag ihn, er soll uns einen Schneemann besorgen. Ja, Coco, we need a Sneemann. Yes. Okay, ciao. Okay, Coco besorgt einen Schneemann, hat er gesagt. Leute, Coco besorgt einen Schneemann. Snowman, Snowman. Coco besorgt einen Snowman. Snowman, Snowman. Coco besorgt einen Snowman. Ey, Leute, ich habe euch tausendmal gesagt, macht sowas nicht. Wir verlieren Abonnenten. Leute, du sagst immer, wir verlieren Abonnenten, aber wir gewinnen irgendwie immer Abonnenten. Ey, wann ruft der an, Mann? Ja, hallo, Coco? Du findest einen Schneemann? Wie bringst du ihn mir? Was, von dem Sky fallen? Au! Au! Schneemann. Schneemann, wenn ich nicht sterben bin, leben wir noch mit. Er hat eingeschlafen. Ewa. So, ich beschule dir nur noch einmal. Vielen Dank.